und ein herzliches willkommen zurück zu weiteren kämpfen bei pokémon technics auf nintendo switch mit mir von der youtube platz besser sowie schön dass sie wieder hergefunden habt und ich würde sagen wir spielen noch ein bisschen geknack krack und ja schauen wir mal was wir hier heute am 21 vierten als geste haben wir eigentlich quasi das letzte mal gespielt wir uns heute schon ein bisschen schlagen so da haben wir einen gefunden wen haben wir es ist das gruppe c5 was italien salute der mario mit macho macho mein so wenig auch kräftig nur gut aber zum teil auch langsam gucken wir mal wobei ich natürlich auch schon gegner hatte die mit dem so gut umkamen dass er mir vorkommen das wäre mega schnell das war doch diesen sandsturm am freund sehr schön 1 0 aus hängt ein bisschen nicht dass er mir noch abhaut hier der kärz näher pappel okay die attacke ist so cool shit hmm ja so ist es schon nur weiter schutz gelaufen ein bisschen fraus tage sehr schön okay und die wust ich 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 ach komm es kann nicht wahr sein erste runde so gut gelaufen die zweite runde ja war eigentlich gleich gut sage ich jetzt mal und bei der trip voll abgekackt unfassbar knapp knappe kiste sehr schön trotzdem danke fürs zuschauen habe ich doch ich hoffe ich habe euren daumen nach oben verdient und abo falls ihr mich denn noch nicht abonniert haben das jemals aus beim nächsten kampf wieder bei pokémon technik sind auf der nintendo switch oder vielleicht auch bei super smash bars ultimate oder auch beim anderen der space viel spaß auf jeden fall von meinem kanal bis dann tschüss